So, weiter geht's mit dem Bus Simulator. Zu bellen. Stell dir mal hier zurück, wenn hinter dir Pech geht. sieben nicht zu Ende! Ich werde versucht, mich schon zu speichern. Oh, das sitzt einfach nicht, helf auf meine Richtung. Oh, das ist einfach nicht. Ja, 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 ja. Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. Wie oft wollen Sie die denn, hab ich Ihnen schon gezahlt, oh nein, ich hab Sie, Sie haben meine Fahrkarte schon, was, ach so, hier, klar, hier, bitte, na klar, Sie haben meine Fahrkarte, wo hab ich, na klar, hier, ich hab Ihnen meine, klar, wie oft wollen Sie die denn, wo hab ich, ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt, oh nein, ich hab Sie vergessen, hier, bitte, Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen, ja, ja, bla, 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 na klar, oh nein, wo hab ich, hier ist die Fahrkarte, na klar, hier, hier, bitte, oh, tut mir leid, na klar, hier, hier, Augenblick, Da, hier, bitte, Augenblick. Nächster Halt, Kreditsplatz. Ok. Ja, haben wir. Gestern war super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und dann habe ich die ganze Nacht im alten Sägewerk Parti gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Arke in Perfektion. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. So ein schöner Tag. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Das klingt sehr gut. Ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food, Junk Food, ich glaube, ich probier mal Street Food. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat, Christina. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. 13, äh, 13. Na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gesehen. Gut. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gesehen. Was, ach so, hier. Hatte ich Ihnen schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hm. Na klar. Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Na klar. Wie oft wollen Sie mich? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte. Na klar. Wie oft wollen Sie mich? Na klar. Hier. Sie haben meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Über diese Dinger soll man langsam fahren. Schau mal. Wie geht denn das? Ich hatte gerade... Ich hatte gerade... Ich hatte gerade... 20 km, ein bisschen mehr. Mit 20 geht es. Aber was mache ich heute? Ich habe gesehen, ich habe gebremst. Irgendwie kann es sein, dass ich zweimal drüber gefahren bin. Weil ich hier war und dann hier drüber nochmal. Schräg drüber. Ja, jetzt habe ich ein Auto geknutscht. Das gibt es doch alles nicht. Das gibt es doch alles nicht. Dass ich dich nicht alles. Jetzt haben sie gehört. Und dann거야 ich alles nicht. zum glück habe ich den bus noch erwischt moment mal ist das überhaupt der richtige bus da jeweils geht es kann ich nicht los Nächster, Siegweiler, Lido. Oh, ich hätt so einen Hunger. Okay, wollen wir uns was zu essen? Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich hab ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ich liebe die Sonne. Oh nein. Ich hab sie verloren. Na klar. Hier. Wie oft wollen Sie die denn? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Äh, was? Sie haben meine... Klar. Wie oft wollen Sie die denn? Sie haben meine Fahrt... Hab ich Ihnen schon gezeigt? Augen... Hier, bitte. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist... Sie haben meine Fahrkarte... Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt? Klar. Ja, hab ich Ihnen schon gezeigt. Okay, machen wir mal eine Runde Tose. Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Ja. Ja.